Wir haben Leopold von Bayern, beziehungsweise seine königliche Hoheit, der wieder mal in sein Volant greift. Dieses Auto hat er jetzt seit 30 Jahren nicht bewegt. Ja, Poldi, wie ist es, nach 30 Jahren wieder in dem Auto zu sitzen? Unglaublich spannend, aufregend, Emotionen, alte Erinnerungen kommen wieder hoch. Also ich freue mich schon sehr drauf. Super, viel Spaß!